Und als ich war Doktor, der feststellen beim Kranken den Diagnose, also ich darf mein Kind einmal ausgefüllen, weil er los, er fühlt sich häufig nicht gut. Ich meine keine Ausbildung, einmal in einer Minute. Keiner kann mich nicht vertragen oder selber in den Größen. Zwei Hände tut er vermogen, in der Hals in den Größen, in der Hals in den Schlögen, in der Hals in den Stößen. Und mein Kind hat sich gehen, zu der Mama mitgegeben, selber tut sich schlögen, mir kann ich nicht darüber vertragen. Geht die Mama gleich heraus, sucht den Möw und rett sich heraus. Ach, Hosenbacher keinen Hörer, in der Martin hat sich viel Zöre, kriegt nicht sehr leckten den Kopf. Und die Mama lässt den Möw und sie klingt dann zu dem Räben. Er soll ihm Achillig geben, kaum der Räben nicht verstehen. Aber er ist ein Böcher, Edelschen, gute Mühle, gute Sitten, in der Liebe die Mühle zu sitzen, in der feine Tat der Mama, in der gute Heim, und er lernt gut, versteht, nur er wird am Olden zerdreht, in der Liebe weiter und abzulachen, in der Zöre zu machen. Aber dafür ist es wahrscheinlich Sache. Er lernt der Räben nicht kein Sache, kommt einmal ins Ehrlichs Haus, geht in jeden Runde Haus, kommt in den Living Room und sieht, steht ein Television-Set. Wer der Räben weiß wie Schnee und geht plötzlich gar nicht schrei. Es ist mir klar, erzielt, wer ein Teil macht von euer Kind. Und der Teil ein Television-Schenk macht das Kind zertreht und krank. Fragt man ihm, wo ist das Geschenk? Aber was kann man es nicht sehen? Sagt der Räbe, es ist Chlor, die größte Menschen von dem Dorf seine Masken schön erzieht. Ados, fürcht ihr bei das Kind? Es hilft nicht kein Räbe, kein Yeshive, es hilft nicht kein Schumzwebe. Das ist Sam, fahren hart zum Fahrenmeach, und es schad zum Gesund und zum Koyach. Er soll sehen doch, wie ehrliche Jiden leben. A Jidi Schoist, a Roche, Yeshive, a Räben. Wie man darnt, während Teure, im Geschmack man dim dem Beere, wie man gräte auf Schabes alles, man putzt leichter, man flert sich alles, ein Kind gießt Nägelwasser, ein Jid macht Kiddisch, ein Meisse von der Zadig, ein Nuft, ein Chiddisch, oder weiß dem Twerge, das Fass, Jerusalem, dem Goyen, oder dem Chofetzchein, auf Erbringe für Chassidim, dem Heiligen Baal Shemtev mit seinen Talmidim, siehe Avede, siehe Mitzwesiten, siehe Messias Nefisch für Jiden. A guten Dere, weiß der Maschine schicke, wie man arbeit ist am Mide, wie zu gehen in gute Drochem, und auswachsen hat dann mit Hochem, dann wollte mir nicht geharrt, er soll gucken Tag und Nacht, er seht doch, ob er Punkt verkehrt, a Wunder, was er ist neboch, a seh schlecht, und ihr Bett, er pracht da rein. A ihr Sohn ist edelfein, a grüße a Jidgen von ihm sein, aber man darf wissen, wie er seh, er konne stoben, rebe es zu weh. Es konnt sie tummeln, die Verlangen, in sie mischen die Gedanken, ich mit dem Tellmacher bin ich, kann mich er tunnen, mir sehne die größte Sonnen, ihr darf wissen, gleich mal sind, wer soll lernen eier Kind, oder a Jinn, oder a Herr, oder ihr, oder er, der Tellmacher von eier Sohn, ihn seid gesungen, ihn trage davon. In einemohl, in einer neuen Schäden, sehle kommt dahin zu gehen, seht er in dem Winkel, dort, auf dem Televisionsort, steht er größer vor ihm, schein, schön gefaucht, heuf und leint, fuhr mit vor ihm, goh a Sach, a Schass, und Mosch, mit der Nacht, a Loch, es, muss er, bis goh heuch, und sie puhre Zadikim heuch, und beputzt von beiden Seiten, mit Bildern von Zadikim, von allen Seiten, steht er selig, kocht er reuf, geht zu Norden, öffnet auf, geht in Seefern im Tarois, drückt zum Hachzen, kuscht es euch, und in dir stehend zusammen, selig Tate mit der Mammen, beide scheinen, fuhr mit Glück, und ein Krieg teint, sehr gesund, zärik, ausgekleben, den Teiern redden, er solle mach hinruf geben, der Glück lasst, der Tag in der Leben, und Punkt, die Tate Mammen, will und hoben ehrliche Kinder, muss und die Kinder, hoben ehrliche Tate Mammen, die beide Sachen, gehen zusammen, das sehnen die wichtigste Sachen, meine Freund, was man da feint, hinten durch Häus, die Kinder und die Häus, die zwei von See, weil sie schaffen, Moscheachs Armee. Mit jäzische Kinder doch heut, von jäzische Heide und Räus, wir gehen in Reihen, die größten Armeien, zum Licht, die schon morgen vor heut, wir kommen mit eure Gezelt, wir lachen, die Chäusen der Welt, ach die vorgemäure, wir adähen, das vor uns, die mehrere, die freige Junger, wir gehen in die lechlichen Welt, die haben bei denen, die Schäden, die Tate Mammen, die Tate Mammen, die Tate Mammen, die Teure, und wir tun so glück, was wir denn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020